Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Transport Fever 2 hier bei Heisenberg Zockt. So, wir sind in New York City, in unserem New York City und haben hier die Golden Gate Bridge hingestellt, weil die gehört einfach nach New York City, das weiss jedes Kind. Nein, aber wir haben halt keine Brooklyn Bridge etc. Deswegen die und hier den Dresdner Bahnhof, damit wir wirklich in New York City auch entsprechend den grossen Bahnhof haben. So, und jetzt brauchen wir Züge. M, beziehungsweise wir brauchen erst noch die Strecke. Wir wollen noch von New York nach da hinten. Jetzt ist halt die Frage, ob wir hier irgendwie lang düsen und hier wieder zurück. Wo haben wir denn den Bahnhof? Ja ne, da können wir eigentlich schon hier die zweite Brücke machen, dann haben wir die. Und die Idee wäre halt, dass alle Züge, die dann von hier hinten kommen, wirklich diese Brücke benutzen. Also entweder die oder die, welche wir jetzt hinstellen. Die wird ein bisschen kürzer, die werden wir irgendwie hier hinstellen. Gerne, wenn es irgendwie geht, dass das eine gewisse Parallelität besitzt. Wir werden mal schauen. Wir brauchen die mal. Machen wir mal hier das 160er Gleis. Gehen hier rüber und schauen mal. Oh, ich habe da noch festgestellt, ich muss die andere Brücke noch mal kurz, nicht Gebäude. Was mache ich denn? Ja, eben die andere Brücke noch mal kurz betrachten. Äh, hier war es. Die wird tatsächlich ein bisschen kürzer, wenn ich es erwische. So, come on. Ich habe sie gleich, ich habe sie gleich. Zack. Zack. Ja, die ist zu kurz. Ne, das ist Käse. Die muss tatsächlich, ein bisschen länger muss es sein. Von hier, so hier rüber. Vielleicht ein bisschen höher das Ganze noch. Das gucken wir gleich. Ja, da kommt, glaube ich, kein Schiffchen mehr unten durch. Das müssen wir höher haben. Also, dann machen wir hier, zack, das Ganze um zwei Punkte höher. Noch mal schauen. Weil das ist ja etwas für die Ewigkeit sozusagen. Da müssen wir schon gucken, dass wir das vernünftig hinkriegen. Jetzt aber zur Parallelität. Äh, ja. So wäre es eher parallel. Wie siehst du aus? Gefällt mir. Kann man so machen? Würde ich so machen. Nehmen wir. Und jetzt möchte ich schnell gucken, wie sieht das hier mit dem schiffbaren Bereich aus? Es ist grün. Perfekt. Und hier ist auch grün. Also, wenn wir dann Schiffe haben, was wir irgendwann haben werden, dann kommen die auch hier unten durch. Passt. Ähm, ja. Ihr seht schon. Genau. Jetzt hier reinkommen wird natürlich schwierig, wenn die Brücke so ist. Da hätte ich eine Idee. Ich gucke mal, ob das geht. Hauptsache, es ist nicht normal. Nämlich ganz einfach hier runter. Ich baue es jetzt mal. Wenn es nicht klappt, klappt es nicht. Ja, und was kommt. Genau. Einmal rumkringeln. Dann kommen wir doch hier rein. Ist doch kein Ding. So, jetzt müssen wir aber noch wissen, welche Gleise hier frei sind. Bevor ich hier irgendwas anschliesse. Ja, alle. Alle, außer dieses linke. Okay. Dann machen wir das hier gleich mal dort rein. Zack. Jetzt brauchen wir das Ganze noch zweigleisig. Und wieder natürlich entsprechend, ja, die ganze Brücke genau machen, damit die Pfeiler wieder aufeinander sitzen. Das wäre dann so. Und die Pfeiler stimmen. Können wir nehmen. Passt. Die Seite haben wir. Beziehungsweise, oh, ob das jetzt nicht zu knapp ist hier? Ne, scheint eigentlich zu funktionieren. Ja, funktioniert sogar tadellos. Hier ein zweites Gleis, die Weiche. Zack. Und schon haben wir das auf der Seite. Der Kringelkreis von Weichenfeld. Ganz berühmt. Den kriegen wir schon noch berühmt, den Teil. So, und jetzt sind wir hier. Jetzt müssen wir noch in den Bahnhof rein. Mitten durch die Stadt durch. Ja, ja. Ich weiss nicht. Würde ich nicht. Aber ein bisschen schon. Ein bisschen können wir natürlich schon. Ähm, jetzt muss ich gucken, wie ich das am besten hinkriege. Wenn wir es irgendwie so machen. Jawohl. Und dann hier eine Kurve. Ja, da komme ich rein. Das wird aufgeschüttet. Das ist in Ordnung. Hier wollen wir rüber. Und jetzt machen wir hier die besagte Kurve. Dass sie hier vielleicht sozusagen wirklich der Bahn entlang dann noch bauen. So, irgendwie hier wieder eine Kurve. Und dann geht das dort Richtung Bahnhof. Das Ganze wieder zweigleisig. Und dann sollten wir es dann bald schon haben. Hier oben dreht der Head durch. Und dann müssen wir dort runter. Jetzt müssen wir aber aufpassen. Ähm, und zwar, weil... Ja, wir müssen ja von dem Gleis dann in das reinkommen. Das würde heissen, wir müssen irgendwie hier rein. Ja, das kriegen wir aber schon irgendwie hin. Da bin ich überzeugt. Moment, wenn ich das mal so mache. Wir machen jetzt für die Gleise hier zu. Das ist ein bisschen ein Problem. Da müssen wir aufpassen. Ja, wenn ich hier schon ein Gleisvorfeld hinbastle. Für was wir das dann auch immer brauchen. Weil das geht wieder direkt Richtung Stadt. Ich würde mal sagen, andere Linien, die machen den hier. Ja, das sehen wir hier rauf gehen. Und dann haben wir schon das Problem, von hier dann nach da zu kommen. Ich sehe es schon kommen. Ich mache es mal. Dann ist das sozusagen ein schiefes Gleisvorfeld. Da haben wir die Strasse. So viele Gleise haben wir hier gar nicht. Und die kommen dann auch noch dazu. Gut, also das hätten wir jetzt mal gemacht. Das könnten wir doch aber eigentlich hier noch andocken. Ja, und dass die Gleise halt dann... Ja, ja, ich weiss, wie ich es mache. Dass ich hier so da hindüse. Und die Gleise, die gehen entweder dann in den Tunnel rein. Oder meinetwegen eine Brücke. Was wir dann halt entsprechend brauchen. So. Aha, apropos Tunnel. Warum nicht? Bisschen unterirdisch machen das Ganze. Ich würde das glatt so machen. Gar nicht lange überlegen. Und da komme ich dort nicht rein. Echt jetzt? Gut. So viel zum Thema. Gar nicht überlegen. Das funktioniert so nicht. Das müssen wir nochmal machen. Werden wir nochmal machen. Ist kein Ding. Irgendwie schaffen wir es, dass wir dort reinkommen. So. Gleis schnappen. Das dreht der Held nachher hinten. Und jetzt funktioniert es nämlich auch schon. Und es gibt halt wieder einen Tunnel. Genauso wie wir es wollten. Mit diesem Portal hier. Nein, das ist das Falsche. Das hier hatten wir. So. Kaufen. Dankeschön. Zweites Gleis mitnehmen. Ja, da sind wir auf der falschen Seite. Ich muss das Ganze wenn dann so machen. Und das nochmal korrigieren dort hinten. Ja, Moment. Geht nicht. Geht aber schon. Man muss es nur richtig machen. Habe ich jetzt hier zu viele Gleise? Nein. Da ist das Gleis. Jetzt. Oh, das ist irgendwie kein Tunnel dann. Hä? Ne, das ist natürlich kompletter Käse. Halt. Das ist kompletter Käse. Das muss weg. Also ich hätte hier, wenn es irgendwie geht, schon gerne auch eine Tunnel-Einfahrt. Haben wir dort so eine Grube, dass es hier sozusagen nicht mehr für ein Portal reicht? Das geht so nicht. Okay. Moment, wir kappen es nochmal. So, dann machen wir das anders. Wir werden hier mal ganz kurz mit dem Terraforming-Tool das Ganze so anheben, dass hier alles zum Tunnel wird. So, das müsste eigentlich schon reichen. Jetzt nehme ich aber die Weiche nochmal weg. Das macht ja keinen Sinn so. So, also von dir wollen wir da rein. Mit dem Portal, haben wir gesagt. Und hier wollen wir raus. Und schon funktioniert das Ganze. Weiche. Jawohl. Weiche, weiche. Funktioniert auch. Hier fehlt noch ein Stück. Das wäre nicht ideal. So. Hier fehlt auch noch ein Stück. Ah ja, ich muss ja hier noch korrigieren. Genau, das war der Punkt. Also, wir korrigieren. So, da rein. Und das hier mitnehmen. Und hier rein. So, und jetzt haben wir es aber. Jetzt funktioniert das Ganze. Und wir gehen hier tatsächlich sogar mal noch über eine Strasse in New York City. Oh, da haben sie sogar noch ein Häuschen hingestellt. Beziehungsweise schon mal das Fundament gegossen. Sauber. Gut, passt. Das müsste eigentlich klappen. Das war hier rein. Und dann hier raus. Dann würde ich sagen, wir setzen die Signale. Also, die haben wir hier. Signale. Das sind die. Ich muss mal gucken, was hier, was ist genau. Das sind die, das sind die, das sind die. Und da haben wir noch die. Nehmen wir die hier. So, einmal so. Ich werde das nicht mit der Automatik machen, weil es keine lange Strecke ist. Wenn wir lange Strecken haben, dann werde ich sehr gerne die Automatik nutzen. Dass die Gleise, äh, nicht die Gleise, ja die Gleise auch. Die Parallelgleise. Dass die Signale automatisch gesetzt werden. Ich habe sie installiert. Das sieht man hier unten. Aber verwenden werde ich sie wirklich dann, wenn sie Sinn machen. Weil das ist für meinen Geschmack nicht zu kurze Strecke. Also, dass wir jetzt hier unbedingt dann wieder alles nochmal korrigieren müssten. Hier mit den Weichen etc. Ähm. Jetzt haben wir hier aber keine Weiche. Doch, wir haben eine Weiche. Da geht es ja rein. Dann ist das hier. Hier ist ein Signal. Und dann haben wir hier ein Signal. Und dann werden wir gleich Züge kaufen können. Und ich würde ganz gerne, das werdet ihr gleich sehen. Hier tatsächlich einen Amerikaner haben. Wenn wir einen Amerikaner, was ist das denn hier? He. Wenn wir einen Amerikaner haben, der irgendwie cool aussieht, werden wir den nehmen. Ganz einfach. Meinetwegen zu Ehren von New York City. Das hängt hier irgendwie nicht zusammen. Sehe ich das richtig? Jawohl. Sehe ich komplett richtig. Hier hängt es noch zusammen. So. Und jetzt hängt es hier auch zusammen. Jawohl. Haben wir das korrigiert? Das war jetzt auch nicht so schwierig. Jetzt muss ich nochmal schnell gucken. Ja. Hier ein Block. Dann hier vorne irgendwo ein Block. Gerne in der Stadt drin. Warum nicht? Hier haben wir den Bahnübergang. Das machen wir so. Hier geht es auf die Golden Gate Bridge. Die immer noch eine Brooklyn Bridge ist. Hier. Und hier nochmal der Kreisel von, ich muss nochmal gucken, Weichenfeld. Sehr cool. Also hier nochmal ein Block. Und hier vorne ist Feierabend. So. Und die eine Brücke, die werde ich jetzt noch kurz betrachten. Danach werden wir den Zug haben. Ähm. Die hier war es. Ja. Guck mal hier. Ist irgendwie, das ist nicht wirklich schön. Da wird ein Signal entfernt. Okay. Damit können wir leben. Das lasse ich mal. Ich gucke mal, ob ich das so zusammen kriege hier. Gleis. Ich weiss gar nicht, was ich genommen habe. Das hier wahrscheinlich. Uh. Okay. Eieiei. Okay. Da haben wir eine Kollision. Naja. Nehmen wir das nochmal weg. Dann müssen wir die Kollision beheben können. Ne. Irgendwie. Das ist jetzt wieder wegen der Strasse. Okay. Da kommt halt die Strasse wieder weg. Die Geschichte kennen wir. So. Und jetzt funktioniert es nämlich. Das ist aber, glaube ich, die falsche Seite. Müsste dort rein. Dann wurde es, glaube ich, jetzt aufgeschüttet. Das ist okay. Und dann müssen wir mit der Strasse halt anders darunter. Dass nicht wieder das gleiche passiert. Wäre dann, sagen wir mal so. Dann müsste das in Ordnung sein. Wenn wir das jetzt hier so reinhängen. Jawohl. Dann ist ja halt eine üble Kurve. Aber das ist halt. Wir sind in New York City. Da hat es auch mal eine Kurve. Gut. Das passt. Ich würde sagen, wir machen die Linie. Also. Das wäre ganz einfach. Von hier. Kassonbahnhof. Nach hier oben. Blubblub. Dann geht das hier hin. Und dann geht es wieder zurück. So. Mal gucken, ob es passt. Das ist zweigleisig. Hier haben wir das richtige Gleis. Anders geht es ja gar nicht. Und hier ist es auch wieder zweigleisig. Und hier vorne kringeln wir uns in dieses Gleis rein. Das ist genau, was wir wollten. Gut. Das wäre dann. Jetzt wird die Linienbezeichnung natürlich interessant. Ähm. Das wäre dann New York City ganz klar. Nach Oberasbach. Und nach. Wir machen das so. Nach Weichenfeld. Weichen. Feld. Okay. Passt. Wir brauchen einen Zug. Wir brauchen ein Depot. Ein Depot haben wir. Ich war felsenfest überzeugt, dass wir hier ein Depot haben. Aber das war ich glaube ich in der letzten Folge schon. Oder in der vorletzten. Und habe dann festgestellt, nein. Oh. Ja. Guck mal. Also ich denke, ja. Richtig. Also New York City braucht ein Depot. Und zwar. Wenn es irgendwie geht. Ein grosses. Wir haben hier ein grosses. Die habe ich auch wieder aktiviert. Die Frage ist, wohin? Wir müssen dann aber mit dem Gleis noch reinkommen, Herr Eisenberg. Es nützt nichts, wenn Sie jetzt hier ein cooles Depot hinstellen. Und wir dann mit den Gleisen nicht zu unseren Gleisen kommen. Ja. Es muss ja nicht zwingend beim Bahnhof sein. Aber irgendwie, es wäre halt schon nett. Wie würde es denn aussehen, wenn wir die hier hinhängen? Das hätte doch was. Und da kommen wir auch mit den Gleisen raus. Das ist hier halt alles Eisenbahngebiet. Hier oben. Dann haben wir wieder das Problem, dass das Gleis wahrscheinlich dort nicht reinkommt. Doch. Käme. Das können wir so machen mit einem Tunnel zur Not. Das ist absolut egal. Wichtig ist, dass das hier auch noch dazugehört. Weil es einfach auch nett aussieht. Ja. Das ist in Ordnung. Ich brauche ein Gleis. Hier können wir wieder Fake-Lokomotiven draufstellen. Ich werde hier die Gleise schon mal machen. Und dann schnell gucken. Äh, ob wir diese Fake-Lokomotiven schon haben. Oder ob die auch erst später freigeschaltet werden. Werden wir rausfinden. Oh, das Problem hatten wir schon mal. Dass ich hier irgendwie das Gleis nicht ziehen kann. Moment. Gehen wir mal runter. Bis hier hin. Das passt eigentlich auch. Viel weiter müssen wir gar nicht. So, okay. Das hätten wir. Jetzt werde ich aber schnell zuerst gucken, bevor ich dort Lokomotiven hinstelle. Dass wir hier irgendwie in unser Gleis reinkommen. Können wir von hier aus machen. So, hier ist der Held nachher hinten. Und dann haben wir tatsächlich ein Problemchen hier. Wir kommen dort zu nah ans Portal ran, so wie es aussieht. Das können wir natürlich auch verhindern. Indem wir hier ein separates Tunnel reingehen. Ich würde das gerne eigentlich mit dem gleichen Portal machen. So, hier mit einer Kurve nachher hinten. Und hier rein. Klappt. Dann haben wir hier gleich das Tunnel. Bestens. Von Gleis her. Muss ich mal gucken. Wir gehen hier rüber. Ja, wenn wir hier die Doppelkreuzung aktivieren. Dann kommen wir in beide Gleise rein, so wie wir es wollen. Wir müssen den Zug dann drehen. Je nachdem. Gut. Würde passen. Jetzt haben wir hier aber noch weitere Gleise. Ich würde damit mal noch warten. Ganz einfach. Weil wir haben hier noch weitere Gleise vom Bahnhof. Also wenn wir hier irgendwie dann eine Linie haben. Können wir dieses Depot hier mit dem Gleis entsprechend auch wieder nutzen. Finde ich eigentlich okay. Gut. Aber eben. Jetzt haben wir. Äh. Moment. Ich wollte doch hier noch Züge draufsetzen. Ne. Aber das geht dann natürlich nicht. Nicht wenn ich hier das Ganze noch nutzen möchte. Ne. Dann müssen wir es lassen. Was war denn das für ein Depot? Wo ich hier drei Lokomotiven hatte in der letzten Staffel. Das weiss ich gar nicht mehr. Naja. Ist ja egal. Wenn wir die eh nutzen können, umso besser. Also jetzt muss ich aber rausfinden. Das hier brauche ich. Dieses Depot. Hier müssen wir den Zug kaufen. Jetzt schauen wir natürlich mal schnell. Haben wir schon irgendwas schönes Amerikanisches? Hier wahrscheinlich nicht. Nicht bei den Triebwagen. Ich gucke trotzdem mal. Elektrisch. Hm. Das sind halt auch da. Ne doch nicht. Das sind halt auch meistens Mods. Aber ich dachte, ich hätte jetzt wirklich praktisch alle Lokomotiven etc. Dazu genommen. Seht ihr irgendwo einen Amerikaner oder einen Kanadier? Das ist auch egal. Halt so eine typisch amerikanische Lok. Das ist ein Russe. Ja. Nö. Die haben wir jetzt alle auch schon. Das ging zügig. Hier ist nichts beim Diesel. Wo sind denn meine ganzen Amerikaner? Da. Ah. City of Los Angeles. Da ist ein Alkohol. Ja. Ja. Jetzt haben wir sie gefunden. Das sind alles Diesel-Kollegen. Okay. Ich scroll mal. Damit wir hier wirklich was Cooles haben. EMD. Sehr nett. Ja. Hier haben wir die grosse Auswahl. Wow. Das nimmt kein Ende mehr. Da haben wir verschiedene EMD. Hier haben wir nochmal. Mal massiv viele. Und hier nochmal. Hier die rote gefällt mir. Die Canadian Pacific. Die nehmen wir dazu. Doppeltraktion. Äh. Die hat eine ordentliche Leistung hier. Aber wir brauchen keine Doppeltraktion. Weil das ist kein Güterzug. Das ist ein Personenzug. Da würde ich tatsächlich nichts machen. Jetzt ist eher die Frage. Ob wir bei den Wagen auch irgendwas haben. Was hier passt. Oh. Hier oben. IC2000 haben wir auch schon. Äh. Gibt es sowas wie amerikanische Wagen? Ja hier. All American Gold Sand. Die passen doch. Haben wir sonst noch was? Ich gucke nochmal schnell. Also uns läuft nichts davon. Hier. Das sind glaube ich auch. Genau. West Rail. Das sind auch amerikanische. Die sind schneller. Brauchen wir aber nicht. Weil die Lok nicht so viel hergibt. Ich würde sagen. Es wird irgendwie der hier. Moment. Wo war er? Der. 150. Streamfield Coach New Mexico. Als erster Versuch. Personenwagen leichter zu machen. Wurde dieser Typ. Also Aluminium. Aha. Mit gewählten Seiten. Nehmen wir dazu. So. Machen den natürlich ordentlich lang. Äh. Autoself haben wir gerade auch noch. Jetzt ist die Frage. Doch. Die beiden Bahnhöfe. Die sind eigentlich lang genug. Denke ich. Das würde heissen. Und die Strecke ist auch ordentlich. Wir machen mal fünf Stück. Fehlt ja doch über drei Städte. Das Ganze. Laufen tut's. Äh. Wir weisen zu. Jawohl. Ich höre das Plupp. Das heisst. Das funktioniert schon mal. Dann wollen wir mal sehen. Allzu viel sehen wir jetzt hier. In dem Sinne nicht. Weil der fährt gleich in den Tunnel rein. Aber wir sehen natürlich. Wie er rauskommt. Ja. Sehr schöner Sound. Sehr schön. Ich mag diese Lokomotiven. Und eben. Ich habe schon mal gesehen. Ich weiss es gibt Leute. Die können mit diesen amerikanischen, kanadischen Teilen nichts anfangen. Ich mag sie. Die sehen einfach wirklich fett aus. Das ist halt der Punkt. Die Wagen sind auch nett. Ich würde sagen wir steigen gleich mal ein. Wir müssen den aber noch drehen. Aha. Da haben wir eine Kamera drin. Das sieht jetzt natürlich ein bisschen komisch aus wegen dem Tunnel. Das wird sich gleich ändern. Ich gehe noch mal raus. Sobald wir aus dem Tunnel raus sind, gucken wir. Dann haben wir noch ein, zwei Meter Platz. Ne, haben wir nicht. Hier kommen wir schon auf die Strecke, wo wir dann den Zug drehen müssen. Kümste. Jetzt sind wir noch im Tunnel drin. Wir fahren mal hier noch im Führerstand ein paar Meter mit. Da, New York City, Oberasbach, Weischenfeld. Das ist mein Fahrplan. So, unterwegs nach Weischenfeld, Transfer. So, jetzt kann ich hier mit der Kamera nochmal gucken. Aha, man sieht, das ist, oh, das ist aber ein schönes Bild. Oh, sehr nett. Modelleisenbahn pur mal wieder. Hier auch. Jetzt werden wir sich aber drehen, haben wir gesagt. Wir wollen noch in den Bahnhof in New York City rein. Oder wo geht der hin? Der geht nach Weischenfeld. Hier hin. Ja, das ist genau die falsche Richtung. Geh du mal nach New York City, damit wir den Effekt noch haben. Einmal drehen. So, eine Weiche müssten wir haben, da vorne. Und jetzt würde ich sagen, wir machen tatsächlich sowieso eine Kamera oder sowas. Ganz einfach, weil es wirklich cool aussieht. Oder wie sieht es aus, wenn wir uns tatsächlich aufs Dach setzen? Ich teste das mal. Keine Angst, wenn es nicht gut ist. Ne, das geht nicht. Nicht mit der Kamera. Das Problem hatten wir schon mal. Aber jetzt geht es halt schon wieder in den Tunnel rein. So, da sind wir tatsächlich mal im Personenwagen. Es ist ein bisschen krumm. Das liegt aber nicht am Zug. Das liegt an der Kamera. So, die sitzen schon gerade hier drin, hoffe ich. So, jetzt geht es hier wieder raus. Ja, er hat doch Power. Also, das sieht man. So, bleiben wir mal so. Da bewegt sich natürlich die Kamera trotzdem ein bisschen mit. Und dann haben wir hier das erste Mal die Einfahrt in den Bahnhof. New York City. Ich weiss, wir haben hier noch keine Busse, nichts. Das werden wir uns auch ansehen. Ich möchte nur nicht jetzt dann eine halbe Folge hier mit Busdingens rumbasteln. Das kommt aber definitiv auch noch. Ich möchte zuerst noch ein paar weitere Zuglinien machen. Aber ich habe ein bisschen schlechtes Gewissen den anderen Städten gegenüber. Jetzt haben wir hier wirklich Städte. Wir haben schon zwei Zuglinien. Und dann haben wir andere. Wir haben noch gar nichts. Aber wirklich noch rein gar nichts. So, cool. Wenn jetzt die Kamera nicht irgendwie so krumm wäre. Sieht doch nett aus. Da fährt er hier tatsächlich hier rüber. Und hier werden später dann tatsächlich auch noch Fahrzeuge sein. Das ist klar. Jetzt geht es. Jawohl. Einmal rüber. Hier rein. Weil das andere, das ist ja die Strecke. Die führt uns dann ins erste Städtchen. Jetzt stelle ich gerade fest, das wird ein bisschen schwierig, was wir hier gerade machen. Wir müssen dann nochmal zurückfahren. Weil sonst haben wir die Fahrt über die Golden Gate Bridge, haben wir gar nicht. Ja, aber das ist ja kein Ding. Das ist keine ewig lange Strecke. Also wir haben natürlich die Fahrt über die kleine Golden Gate Bridge. Aber ich möchte auch noch über die grosse rüber. Wenn wir sie jetzt schon hingestellt haben, dann möchte ich das auch entsprechend nutzen können. So, es ist einfach krumm und zu lang. Ich gehe nochmal kurz raus. Ich möchte die Kamera sozusagen vom Spiel vorgegeben haben. So, entweder so oder so. Machen wir so. Ja, warum ist denn jetzt hier rot? Weil der Kollege wahrscheinlich jetzt hier noch... Oh, geht das überhaupt? Moment. Warum ist hier rot? Wo ist der andere? Hier unten fährt er. Wir haben ja doch Signale eigentlich. Haben wir hier kein Signal? Doch, dort haben wir eins. Und hier hinten? Ist da jemand unterwegs? Es sind ja fünf Stück. Wir kommen jetzt nicht mehr vom Depot. Wahrscheinlich fährt er vom Depot los. Ich müsste wahrscheinlich hier kurz... Ja, ich hätte gerne ein Zwergsignal. Wo sind die Zwergsignale? Wo sind meine Zwergchen? Da. Das ist kein Zwergsignal. Wo sind sie denn? Da? Nein. Hier. Nein. Da. Nein. Hier. Jawohl. Okay. Einmal hier. Und dann können wir nämlich fahren. Und dann mache ich hier im Tunnel drin nochmal eins. Ja. Und hier ist dann Feierabend. Gut. Schon geht es los. Da kommt er. Der hätte Vortritt gehabt. Das haben wir jetzt erfolgreich verhindert. Weil eigentlich wollen ja schon wir Vortritt haben. Und jetzt müsste uns hier auch noch ein Zug dann entgegenkommen. Weil einer ist ja schon unterwegs. Und jetzt geht es auf die kleine Golden Gebritsch runter. Erstmal ein bisschen noch durch die Stadt durch. Es ist ja komisch, dass hier teilweise diese gemordeten Züge. Ist das eine Mord? Ja. Es müsste schon eine Mord sein. Diese komische Kamera haben. Also ich finde halt die andere zehnmal besser. Wo man auch wirklich selber noch sagen kann. Wie man mitfahren will. So dieses von krumm nach schief. Das funktioniert halt einfach nicht. Also nicht, dass man. Es funktioniert so, wie wir es jetzt machen meinetwegen. Es funktioniert aber halt natürlich nicht. Wenn man tatsächlich irgendwie eine andere Kamera haben will. Wenn man sich irgendwie auf den Zug raufsetzen möchte. Oder so. So. Das ist die kleine Golden Gate. Dort hinten ist die grosse. Die befahren wir heute auch noch. Gibt jetzt wahrscheinlich wieder eher eine längere Folge. Aber da habt ihr schon x-mal geschrieben. Das ist kein Problem. Man muss die ja nicht in einem Stück gucken. Das ist tatsächlich so. Man kann ja eine Pause machen. Abends weiter gucken. Ist ja in Ordnung. Da ist der Kollege. Der kringelt. Wir kringeln auch. Wir kringeln aber in die andere Richtung. Mir gefällt das mit dieser Brückenausfahrt. Ich meine anders ging es fast nicht. Und das ist doch relativ nett hier mit diesem Drehen. Unter der Brücke durch. Tag Kollege. Da ein bisschen rauf. Dann sehen wir die Lok noch mal ein bisschen besser. Das ist die Strecke, die wir dann gleich auch noch befahren. Und da oben. Da fährt er auf die Brücke rauf. Das gibt natürlich relativ schöne Bilder jetzt. Oh und das passt hier. Habt ihr das gesehen? Da passt aber kein Stück Papier mehr dazwischen. Zwischen Brücke und Dach vom Zug. Gut bemessen. Oder ja. Geben wir es zu. Wir haben einfach Glück gehabt. Also ich. Weil das konnte ich ja nicht bemessen. So. Ab in den Bahnhof rein. Mal gucken wie viele Leute dann tatsächlich schon Lust haben nach New York City zu düsen. Ich sollte die Kamera nicht bewegen. Jetzt stimmt sie nämlich wieder nicht mehr. Können wir hier denn auch die Tränenfieber Gedenkkamera nutzen? Das können wir tatsächlich. Machen wir das mal weg. Machen. Kollege hat noch weg. So. Dann fahren wir jetzt noch mal ein bisschen so mit. Jetzt sehen wir natürlich nicht ob Leute mitfahren. Aber das ist ja auch sekundär. Also wir bauen das Ganze ja nicht wirklich so. Dass es wirtschaftlich funktioniert. Sondern so. Dass es eben cool aussieht. Und das würde ich mal behaupten tut es. Danke für die vielen Kommentare auch natürlich jetzt auf die letzten Videos. Und vor allem dort stand dann teilweise wirklich schon. Das sieht einfach wirklich sehr schön aus das Ganze. Und das ist natürlich etwas was mich dann wirklich sehr freut. Weil das ist die Grundidee des Ganzen. Dass das auf irgendeine Art gut aussieht. Cool aussieht. Und wir sind halt noch am Anfang. Ganz klar. Also dieses Kringelding. Das braucht auch noch irgendwie was. Hier im Mittelbereich des Kringels. Da müssen wir mal gucken was wir da machen. Vielleicht ein paar Häuser. Oder vielleicht nochmal ein See. Irgend so was. Der See sei noch zu klein hieß es. Der See den wir da hinten irgendwo unter der Brücke haben. Das werde ich mir auch mal noch kurz ansehen. Ich finde den eigentlich nicht zu klein. Aber ich weiss wie das gemeint ist. Das ist ja eigentlich nur ein Bergsee. Der dort im Prinzip auch nur ist. Weil dort eine Brücke rüber führt. Also das ist das Umgekehrte von normal. Man hat nicht eine Brücke gebaut, weil dort ein See ist. Sondern wir haben dort ein See gebaut, damit die Brücke irgendwie einen Sinn hat. Ja cool. Also da geht jedem, der irgendwie ein bisschen Flair hat für diese kanadischen, für diese amerikanischen Lokomotiven. Ja da geht jedem, weil ich das Herz auf. Also mir zumindest. Ich mag die halt. Aber keine Angst. Wir werden jetzt natürlich nicht New York nur noch ausschliesslich mit solchen Lokomotiven beglücken. Ne, 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 ne. Ganz sicher nicht. Da kommen auch Europäer rein. Hier wird ein IC langfahren. Das ist mir dann komplett schnuppe. Ob das richtig ist oder falsch. Das soll gut aussehen. Und das wird es tun. Wenn hier der IC nach oben düst. Der Hybrid. Der ist dann noch da. Und, und, und. Schnell hier warten und gucken. Sehr nett. Oh, der hat auch eine gesunde Länge, würde ich sagen. Wir steigen wieder ein. Achso, dafür muss ich aber mein Hart wieder haben. So, jetzt. Zack. Ah, das ist wieder weg. Jetzt geht es ins Tunnel rein. Da brauchen wir wieder eine andere Kamera. Sonst fliegen wir wieder über den Berg rüber. Da brauchen wir wieder so eine. Ja, und das ist wieder die, die komisch aussieht. Im Tunnel drin. Boah, die ist natürlich nett. Mal gucken, wie das ist, wenn wir im Tunnel drin sind. Ja, ist doch mehr als okay. Also da rechts. Mag es ein bisschen komisch aussehen. Jetzt. Nett. So, jetzt geht es hier in New York in den Bahnhof rein. Und dann geht es nochmal über die lange Golden Gate Bridge. Und dann sind wir hinten. Äh, dann im anderen Städtchen. Und unten schön, guck mal. New York City Central Station. Genau so soll das klingen. Gefällt mir. Wenn ich hier nochmal klicke, dann haben wir die Seite. Okay. Schon auch ein sehr schöner Bahnhof, natürlich. Und ich denke schon, der passt relativ gut nach New York. Weil die einfach wirklich einen grossen Bahnhof haben dort. Mitten in der Stadt drin, habe ich schon mal gesagt. Und wir werden gucken, dass das hier natürlich dann auch irgendwie mitten in der Stadt drin ist. Dafür können wir wirklich zur Not auch die frei platzierbaren Stadtgebäude nehmen. Da müssen wir uns nicht auf den Kopf stellen. Das wird schon gehen. Nicht, dass die Stadt dann auf die Idee kommt, eben, beziehungsweise wenn sie halt nicht auf die Idee kommt, hier hinten zu bauen. Mein Gott, dann bauen wir halt selber. Ist ja kein Ding. Mir fällt gerade ein, New York hat natürlich noch einen Central Park. Da könnte man dann auch noch gucken. Ach, wir haben hier noch so viel zu tun. Solange die Performance mitspielt, und ich achte jetzt wirklich auch ein bisschen darauf, dass ich da ein bisschen unterstützend wirke und nicht 10.000 verschiedene Linien mache. Solange die Performance mitspielt, werden wir hier mit Sicherheit noch einiges an Spass haben. Wir sind ganz am Anfang. Wir haben jetzt gerade mal drei Städte, die wir mit Zügen versorgen. Wir haben eine Industrie, die hier arbeitet. Das ist alles noch nicht fertig, natürlich. Die Brötchen, die müssen dann noch weiter ins Land hinaus. Zum Beispiel hier nach New York. Das ist natürlich auch wahr. Das werden uns alles ansehen. Vielleicht könnte man das sogar mit Schiffen machen. Hier ist ein Fluss dazwischen. Da oben ist der andere Kollege. Ja, jetzt geht sie dann ins Tunnel rein. Da müsste ich nochmal kurz das Ganze ändern. Jetzt ist es wieder krumm. So wäre es gerade. Bleiben wir mal so ein Momentchen. Ne, ich gehe nochmal raus. Zack, mach den nochmal. Und dann sieht es doch eigentlich schon wieder besser aus. Und jetzt geht sie auf die Golden Gate Bridge. Auf die grosse. Können wir uns mal so ansehen. Ja, die hat eine ordentliche Länge da hinten. Guck mal, da ist schon einiges an Zugmaterial unterwegs. Cool. Und hier wird irgendwann natürlich wirklich viel Verkehr dann rüber düsen. Weil alles was von dieser Seite aus kommt an Zügen und auch an Fahrzeugen, Autos, die werden diese Brücken nutzen. Denn hier gibt es dann parallel dazu eben noch eine Strasse. Ähm, da muss ich da gucken, wie ich das mache. Da hätten wir, glaube ich, zuerst die Strasse machen sollen. Dann hätten wir hier die Brücke besser hingekriegt. Sehe ich das richtig? Ja, das werden wir sehen. Sobald wir zum Thema Strasse kommen. Und jetzt werden wir aber wahrscheinlich dann zuerst mal noch weitere Städte anschliessen. Weil sonst haben wir hier wirklich so eine komplette Asymmetrie. Das ist nicht mehr schön. Wenn hier alles wächst und gedeiht und auf der anderen Seite alles halt vor sich hin darbt. Das muss ja nicht sein. So, wir kringeln wieder. Ich drehen wir nochmal. So, dann kringeln wir in die Richtung. Und auch hier. Äh, ne, wir kringeln ja gar nicht. Stimmt ja nicht. Das ist ja woanders. Das ist ja da hinten. Hier haben wir einfach ein bisschen, ja, auch Weg schaffen müssen, damit wir die Höhe abbauen können. Das ist aber in dem Sinn ja kein Kringeln. Doch, es ist kringeln. Moment, sind wir hier beim Kringeln? Ne, doch nicht. Aber das ist fast ein bisschen ähnlich. Weil wir hier halt tatsächlich auch ein bisschen Kurven machen müssen. Eben um die Strecke ein bisschen zu verlängern. Damit der Zug die Höhe abbauen kann. So, cool. Hier auch sehr schön der andere Personenzug. Und das ist das, was ich meine. Jetzt haben wir hier doch schon einiges an Leben in dieser Stadt. Mit Bussen etc. Die werden wachsen. Jetzt müssen wir gucken, dass wir auch die anderen Städte tatsächlich noch ein bisschen bedienen können. Und ich weiss eben, dass New York City auch noch Brötchen möchte. Moment, das wollte ich gar nicht. Ähm, das sehen wir hier. Und wir machen Brötchen sozusagen. Das wäre hier oben. Das würde heissen, die kriegen da mit Sicherheit auch Brötchen. Jetzt eben der See hier. Da hieß es, der sei zu klein. Ich weiss nicht. Ich finde den eigentlich gross genug. Muss der grösser sein? Das ist einfach so ein bisschen so ein Bergsee halt. Wir könnten hier, das werde ich vielleicht noch machen, noch ein bisschen rumbasteln. Dass wir das absenken hier. Damit man von hier oben vielleicht eben den Trampelpfad machen kann hier runter. Das würde ich je nachdem dann mal noch angehen. Gut. Jo, dann haben wir es. Wir haben die erste Strecke nach New York City. Ich bin zufrieden. Ich hoffe, euch gefällt sie auch. Und dann hoffe ich natürlich, wir sehen uns morgen wieder. Dann wird hier wieder fleissig weitergebastelt. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.